Hallo miteinander, ich bin hier am Geißberg Brünnel unterhalb von Kaiberg. Hier wird am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr die erste Taufe stattfinden. Ganz ungewöhnlich draußen. Ich freue mich aber schon drauf, weil das ein wunderschöner Ort ist hier und die Familien können kommen und ihre Picknickdecken mitbringen und die Kinder können hier spielen. Es wird bestimmt ganz hart eindrücklich und vergnüglich hier oberhalb von Erlenbach, wo gefestet wird, wo ausgeruht wird und wo jetzt dann auch das erste Kind hier getauft wird. Seien Sie herzlich willkommen am kommenden Sonntag hier um 10.30 Uhr an diesem wunderschönen Ort. Ehren sonic dazu wenn ich einen Euch nicht habe ich gehört. Musik Musik